Digital und Binnendifferenziert. Das Potenzial digital gestufter Lernhilfen für den Biologieunterricht. Herzlich willkommen im Aufbaumodul zum Kompetenzbereich Bewertung. Hey! Dieses Aufbaumodul setzt sich aus drei Lernvideos zusammen. In diesem ersten Lernvideo bekommen Sie eine Einführung in den Kompetenzbereich Bewertung. In einem zweiten Video geht es darum, wie Sie Bewertungsprozesse mit Hilfe des VAGA-Modells strukturieren und das dritte Lernvideo zeigt, wie sich gestufte Lernhilfen in den Bewertungsprozess integrieren lassen. Das VAGA-Modell ist ein Modell zur Strukturierung des Bewertungsprozesses in Teilschritten. Dazu aber später mehr. Zudem haben wir Ihnen Beispielaufgaben zusammengestellt, die Sie in Ihrem Unterricht einsetzen können. Sie erhalten außerdem Literatur- und Linktipps zur Vertiefung. Auch dieses Modul endet, wie Sie es aus dem Basismodul bereits kennen, mit einem Self-Assessment-Test. Zunächst möchten wir Ihnen einen Überblick über den Kompetenzbereich Bewertung geben und schauen uns dazu kurz zur Einordnung die bundesweit gültigen Bildungsstandards an. Mit einem mittleren Schulabschluss haben die SchülerInnen im Fach Biologie Fähigkeiten erworben, die die Handlungsdimension sowie inhaltliche Dimensionen berücksichtigen. Die inhaltliche Dimension, das Fachwissen, wird durch Basiskonzepte dargestellt. Die Basiskonzepte umfassen im Fach Biologie die Ebenen System, Struktur und Funktion sowie Entwicklung und ermöglichen den SchülerInnen die Analyse von Kontexten, die Strukturierung und Systematisierung von Inhalten und die Gewinnung eines grundlegenden und vernetzten Wissens. Die Handlungsdimensionen dagegen beziehen sich auf wesentliche Elemente, die beim Erlangen naturwissenschaftlicher Erkenntnisse im Bereich der Erkenntnisgewinnung, der Kommunikation sowie der Bewertung biologischer Situationen im Kompetenzbereich Bewertung erforderlich sind. Doch was genau ist unter dem Kompetenzbereich Bewertung zu verstehen? Gemäß den Bildungsstandards beinhaltet die Bewertungskompetenz die Fähigkeit, relevante Sachinformationen und Argumente sowie deren Herkunft und die damit verbundenen Werte zu erkennen und Situationen zu beurteilen, die für eine Bewertung relevant sind. Im Zuge eines Bewertungsprozesses werden Handlungsmöglichkeiten genannt. Das Ziel ist es, Entscheidungen bezüglich biologischer Gesichtspunkte zu treffen, zu rechtfertigen und zu reflektieren. Dieses geschieht immer auf der Grundlage gesellschaftlich akzeptierter und persönlich relevanter Werte und Normen. Hier farblich dargestellt, sehen Sie die in den Bildungsstandards vorgeschlagenen inhaltlichen Aspekte. In den Bildungsstandards für die allgemeine Hochschulreife sind die Kompetenzen festgelegt, die SchülerInnen bis zum Ende ihrer Qualifikationsphase erwerben sollen. Sie werden im Unterricht sowohl auf einem Basis- als auch auf einem fortgeschritteneren Anforderungsniveau entwickelt. Ein erhöhtes Anforderungsniveau zeichnet sich durch eine Zunahme von Komplexität, Abstraktheit, Breite und Tiefe sowie Differenziertheit aus. Es wird zwischen Sachkompetenz, Erkenntnisgewinnung, Kommunikations- sowie Bewertungskompetenz unterschieden. Letztere schauen wir uns nun noch einmal im Detail an. Aufbauend auf den Bildungsstandards für den mittleren Schulabschluss umfasst die Bewertungskompetenz für die allgemeine Hochschulreife, dass die SchülerInnen Sachverhalte multiperspektivisch beurteilen, sich kriteriengeleitet Meinungen bilden und Entscheidungen treffen sowie den Entscheidungsprozess und die sich daraus ergebenen Folgen reflektieren. Vielen Dank, Frieda, für die umfangreichen Einblicke. Die Entwicklung der von dir dargestellten moralisch-ethischen Urteilsfähigkeit ist eine wichtige Aufgabe des Biologieunterrichts. Im Folgenden werde ich die drei wichtigsten Ziele der Bewertungskompetenz nochmals zusammenfassen. Die Aufgabe der Institution Schule und damit auch eine Aufgabe des Biologieunterrichts ist, wie in den Schulgesetzen jedes Bundeslandes festgehalten, die Entwicklung der SchülerInnen zu mündigen und verantwortungsvollen Persönlichkeiten. Das Ziel ist, dass sie an gesellschaftlich relevanten Diskussionen teilnehmen können und ein tolerantes und verantwortungsbewusstes Verhalten erproben und erlernen können. Nach Erkenntnissen aus der Neurobiologie sind Wahrnehmungen, Bewertungen und Beurteilungen oft emotional begleitet. Infolgedessen erfolgt die Entscheidung auf moralisch-ethische Fragestellungen meist unbewusst intuitiv. Im Nachhinein lassen sich schnelle Urteile aber rational begründen oder überdenken. Sie stellen einen äußerst sinnvollen und glaubwürdigen Ansatz für Argumentation dar. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Intuition der SchülerInnen auch im Sinne der Wertschätzung ernst zu nehmen und sie als Grundlage für den ethischen Urteilsprozess zu betrachten und in den Unterricht einzubeziehen. Die Gestaltung einer möglichen Impfpflicht, Fragen der Reproduktionsmedizin oder zur Gentechnik in der Landwirtschaft sind komplex und umfassen verschiedene Dimensionen und Perspektiven. Sie können nicht einfach mit Ja oder Nein beantwortet werden. Wertvolle Bildungsprozesse sind die eigene Intuition zu erkennen, Urteile in Frage zu stellen und sich mit den Meinungen anderer zu beschäftigen. Eine Chance und damit gut geeignet für den Unterricht sind insbesondere krisenhafte Irritationen aufgrund von Konflikten oder nicht idealen Lösungen. Hier bieten sich vor allem aktuelle öffentliche Diskurse an, die oft von hoher gesellschaftlicher Relevanz sind. Der Kompetenzbereich Bewertung unterliegt vielfältigen Herausforderungen, welche wir uns nun genauer anschauen werden. Ein umfangreicher Inhaltskatalog in den Bildungsstandards, Rahmenlehrplänen und schulinternen Curricula bedingen, das oft Unterrichtszeit fehlt. Das Fehlen an Zeit erschwert besonders die Durchführung von komplexen Bewertungsprozessen. Eine weitere Herausforderung für Lehrkräfte begründet sich in den Defiziten in der Lehre aus- und Weiterbildung sowie einem Mangel an verfügbaren und guten Unterrichtsmaterialien. Zudem ist jeder Bewertungsprozess sehr komplex und bedarf viel Vorwissen. Ethisches Bewerten geht häufig mit einer eher ungewohnten Unterrichtssituation einher. Das Fach Biologie wird sowohl von SchülerInnen als auch von Lehrkräften als eine Wissenschaft verstanden, die eindeutige Antworten liefert. Dieses steht im Widerspruch zur ethischen Dimension biologischer Themen, da beim Verhandeln von Werten häufig eben keine eindeutige Antwort möglich ist. Die Ergebnisoffenheit und die Konfrontation mit der eigenen Meinung sorgt für weitere Unsicherheit. Auf der Grundlage dieser Herausforderungen möchten wir Ihnen in einem zweiten Video das Vagermodell vorstellen. Hierbei handelt es sich um ein fächerübergreifendes Strukturmodell für Bewertungsprozesse, mit welchem sich die Komplexität und der Zeitaufwand reduzieren lassen. Mehr dazu erfahren Sie im nächsten Video. Vielen Dank, Frau Neumann, für diese hilfreichen Einblicke. Doch bevor wir zum zweiten Video in diesem Aufbaumodul überleiten, möchte ich gerne die Inhalte dieses Videos kurz zusammenfassen. Wir haben darüber gesprochen, welchen Stellenwert die Bewertungskompetenz in den Bildungsstandards einnimmt. Sowohl in den Bildungsstandards für den mittleren Schulabschluss als auch in denen der allgemeinen Hochschulreife gehört die Bewertungskompetenz zu einer der drei Handlungskompetenzen. Das Ziel dieser Kompetenz ist die Entwicklung der SchülerInnen zu mündigen und verantwortungsvollen Persönlichkeiten, damit sie am gesellschaftlichen Diskurs teilhaben können und ein tolerantes und verantwortungsbewusstes Verhalten erlernen. Wir sehen uns im nächsten Video.